la 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 könnt ihr mich bitte mitnehmen ich muss in der norden ich muss in den norden leute nämlich bitte mit zwei mal angefahren können sie mich bitte mitnehmen ja klar steig ein coole sache danke nein ich bin runtergefallen ich versuche mich irgendwie hinzusetzen doch irgendwie geht es nicht so ganz ja jetzt kannst du los waren ja ich lieb ich liebte einfach mal hier falls ich runter fahr einfach weiter alles gut fahr einfach weiter hatte lustig lustig online war noch mal kurz bin ich rausgeflogen ich komme wieder rein und let's go jetzt muss ich wieder liegen irgendwie hält das nicht so lange scheiße ich bin schon wieder ausgeflogen tut ja zum glück nicht weh deswegen alles gut tschüss bis zum nächsten mal sie haben ein cooles auto da darf ich da mal drauf springen ey verpiss dich vor meinem auto ist jetzt mein parkourplatz ne du bist nicht ich bleibe jetzt an ort und stelle stehen und leide über ihr auto nehmen sie mich mit ich will da jetzt einfach nur drauf lalalala bitte stehen bleiben und raus hier aus diesem auto raus ich muss aber rein sitzen und kontrollieren sieht eigentlich gar nicht schlecht aus sie müssen auch mal bitte aussteigen so vorn habe ich gesagt raus ja der sitzt ist auch ziemlich ziemlich warm ja schön mal sehen wie es hier aussieht bin ich übel auch ein bisschen feucht alle raum sofort alle raum sofort all diese autos sind mal meine freunde komm hallo wie geht's dir habe ich noch kurz das auto genommen klar klar hoch ich guck damit die boli nur noch wenige sekunden weil sei alles gut und war noch lehnen werden und da ein schild ich war mit meinem freund ich habe ich bestauchen hatte spaß war ich hätte es echt voll bock da reinzufahren hallo leute wie geht es euch kann ich hier einfach warum stehen einfach mitten zwischen euch und einfach weil euer gespräch rein platzen und party teil warum warum alle pass auf sorry war keine absicht geht es dir gut alter ich glaube das schläft oder kitche braun 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 raus hier hallo zusammen wie geht es euch alles gut alles gute online du bist hingefallen tut mir leid und dein handy ist auch auf dem boden gefallen du hast es einfach aufgehoben du jetzt ist einfach wieder auf und lebst einfach dein leben so muss das einfach zäh einfach zäh digger oder hallo wie geht es ihnen so vor allem ist eine formel blablabla blablabla blablabla